Aber pückentwürste ich gerne, also. Gute ihr Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcasts und heute mit einem Special Guest. Hi. Das ist Rodrigo El. Rodrigo El, ja genau so bleibe ich jetzt auch. A.k.a. Rodrigues, a.k.a. der Typ im Chat, der immer mal andere Namen hat. Ja, a.k.a. Team Mullen. Man kennt ihn von Twitch, man kennt ihn von... Aus irgendeiner Werbung. Aus Film und Fernsehen. Und man kennt ihn vor allem aus einem Podcast, der mittlerweile schon ein bisschen zurückliegt, wo wir über... Drei Jahre? Nein, zwei Jahre. Es war 2019. 2019 im Winter, wo wir über den neuesten, neunten Star Wars Teil gesprochen haben. Ja, mit nichts als Fachwissen und... Und nichts als Mikrofon bekleidet. Ja. Ja, natürlich, ja. Heute haben wir uns hier eingefunden, um Star Wars Episode 10 zu zerreißen. Schön wär's. Nee, eigentlich nicht. Schön wäre, wenn er da wäre und wir ihn nicht zerreißen müssten. Ja, ja. Aber in dem Kontext wäre es auch gar nicht mehr schön, wenn er da ist. Nee, wahrscheinlich würde man ihn zerreißen müssen. Ja, sehr wahrscheinlich, aber egal. Ja. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin ein langjähriger Freund von diesem Kerl da. Ja. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Wir sind zusammen, Punkt 9. Ja, und im Gegensatz zu dem da habe ich fast keine Ahnung von Musik. seit Anfang 2020, aber dann doch vielleicht so ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. In Richtung Schlagzeug. Und von all dem, womit ich vorher schon vorgeballert habe an Informationen wahrscheinlich unwissend. Ja, die ich aber natürlich schon wieder alles vergessen habe, ey. Deswegen musst du auch regelmäßig auf den Kanal zugucken. Ja. Spaß. Das wird auch nichts mehr bringen. Bei mir ist der Zug abgefahren. Das ist schade. Einmal Tonleiter gelernt und dann direkt wieder runtergefallen einfach. Die Leiter runtergefallen? Ja, Mann. Sind die Sprossen gebrochen? Nee, ich bin freiwillig runtergesprochen. Du bist an den Sprossen zerbrochen? Ja, genau. Ja, genau. Stimmt, das bist du. Also quasi jemand, den ich hier aus dem Real Life zugezogen habe. Korrekt. Deswegen sitzen wir hier vor einer Kamera und deswegen rede ich heute auch an einen Schuh SM57, was normalerweise kein Sprachmikrofon ist. Aber ja, aus tontechnischen Gründen haben wir uns dazu mal entschieden, um das bestmögliche, hoffentlich bestmögliche Kleinergebnis herauszubekommen aus dieser Aufnahme. Denn das Budget hat für das SM7B noch nicht ganz gereicht. Letzte Woche hatte ich ja kurz leihweise offen von der SAE am Start. Jetzt gerade. Er hat bald Geburtstag. Leute, Uwes, er hat bald Geburtstag. Ich möchte hier keinen dazu auffordern, mir ein 400 Euro Mikrofon zu kaufen. Ja, du musst es nicht machen. Oder willst es nicht machen. Ich mache das gerne. Okay. Ich habe nichts zu verlieren. Ich kriege nichts dadurch. Also kauft es ihm. Toll. Link in der Beschreibung. Genau. Amazon Ref Link in der Beschreibung. Ja, du willst ja niemanden aufrufen, aber Link ist mal in der Beschreibung. Einfach mal. So, aus Prinzip. Ach Gott. Genau. Und über was reden wir heute eigentlich? Du hast letztes Jahr angefangen, das Zeug zu schlagen. Das Zeug zu schlagen. Oh ja. Und wie viel Zeug ich schlage? Ja, gut. Über private körperliche Interaktionen müssen wir jetzt nicht reden. Nee, lieber nicht. Aber ob das noch so privat ist zwischen uns beiden? Lol. Glaub ja ja nicht. No Homer. Um Adler sonst zu zitieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt noch zum Thema kommen. Bitte schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Satz kommentieren würdet. Ähm, genau. Du hast angefangen, das Zeug zu schlagen und das war ja auch schon länger dein Plan. Eigentlich schon seit, eigentlich schon immer. Ja, also so. Und ich wäre gekommen. Ja, ich habe sehr viele Kinder geschlagen auch, ja. Aber ob das jetzt mit dem Drang, Schlagzeug zu lernen zu tun hat, ist natürlich fraglich. Auf jeden Fall. Es hätte wahrscheinlich sehr dabei geholfen, dass ich nicht mehr so viele Kinder geschlagen hätte. Probably. Aber, ja, war mir halt. Wir haben uns noch nie geschlagen. Nein, ich habe mich aber auch. Die betrug ich auf noch. Nach der Aufnahme unten, ohne Treten, ne? Ohne Treten. Ohne Haare ziehen. Ohne Haare ziehen. Ich habe keine Haare. Ich habe immer nur Caps auf. Ja, nee. Aber leider war ich dann auch immer zu blöd, um einfach mal zu sagen, jo Mutter, Vater, gib mir mal, kauf mir halt mal ein Schlagzeug. Gib mir was anderes zum Schlagen. Ja, genau. Kauf mir mal ein Schlagzeug, obwohl ich eigentlich immer so Bock drauf hatte, aber so richtig vorne im Gehirn war es halt noch nie drin. Ja, immer noch hinten. Aber dann habe ich mir halt so gedacht, habe ich halt so Anfang 2020, dachte ich mir so, okay, jetzt reicht's, ich habe Geld, ich habe Zeit, mehr oder weniger. Und dann kam ja noch ein bisschen mehr Zeit, als man eigentlich gedacht hat. Ja, ja, das war natürlich sehr unverhofft, aber passend. Ja, passend. Und habe mir dann mal so das Billigste, fast das Billigste vom Billigsten geholt, also so ein Alice's Nitro-Kit, ohne jetzt Werbung zu machen. Also E-Drums. Ja, E-Drums halt, weil man will ja nicht direkt alle Nachbarn abfacken. Nee, erst später. Wobei, ich glaube tatsächlich, dass du sogar in deinem Keller, ich glaube, man kann das sagen, dass du ein Zimmer im Keller hast zum Beispiel. Ja, ich bin so ein Kellerkind. Passt zu mir. Dass du da wahrscheinlich sogar noch ganz gut prädestiniert dafür bist. Ja. Also in deiner Wohnsituation, weil du ja auch nicht angrenzende Nachbarn da bist. Ja, ich wohne halt, also meine Wohnsituation ist ein bisschen komisch, ich wohne mit Vater und Oma zusammen. Der Oma gehört das Haus und mein Vater hätte dann nicht so viel dagegen, glaube ich, wenn es jetzt ein richtiges wäre, aber ich müsste schon noch ein paar Sachen tun, damit es nicht ganz laut ist. Ja, klar. Also ich meine, wir waren vorhin im Session und, also, ich habe jetzt auch nicht so fest drauf gehauen, aber das hat mir schon die Ohren weggepustet, ey, ohne Witz. Wir haben vor allem ohne Gehörschutz gespielt. Ja. Würde man normalerweise auch nicht machen. Ja, deswegen denke ich mir auch immer so, ja, was, also, die müssen gute Ohrenschütze haben da oben. Ja. Ja, aber ja, dann habe ich mir endlich mal eins gekauft und nach einem halben Jahr dann auch gemerkt, so, okay, Unterricht wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, weil so richtig die Perspektive so, okay, wo fange ich jetzt an, was, wo mache ich weiter, woran muss ich am ehesten arbeiten, so. Klar, man hat auch YouTube-Videos, aber das hat dann halt keine Struktur und deswegen habe ich dann gesagt, so, mal Musikschule ist zwar, kostet zwar schon gut was, aber ist es dann auch wert, dass ich auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mal an einem Drum sitzen kann, so, und von jemandem ein bisschen was beigebracht kriegen kann, der halt wirklich das kann. Na eben. Das ist auch gerade so ein Ding, das ist auch so ein bisschen die Perspektive, weil ich ja auch Musikunterricht gebe und du jetzt auch passenderweise an der Musikschule, wo ich auch bin, Unterricht hast. Natürlich nicht bei mir, weil ich kein Drummer bin, aber eher Drummer Queen. Ne, was auch so ein Punkt ist, was wir unter Lehrern natürlich auch besprechen oder auch neuen Schülern oft sagen, dass natürlich YouTube-Videos eine super Methode sind, um Sachen zu lernen, aber du hast halt eine riesen Flute an Informationen, wo du als Schüler gar nicht weißt, wo setze ich eigentlich an, weil du hast alles. Und es fängt ja erstmal an so, dass du nichts kannst in diesem Bereich und aber auch unter Umständen nichts weißt. Das heißt, du weißt gar nicht, du kennst vielleicht ein paar Sachen. Du kennst zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht. Den Grundbeat, den Moneybeat. So, oder wie ihn manche nennen, so dieses einfach eins, zwei, 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 so. Ja, den Grundbeat, oder du meine ich gar nicht. Du kennst vielleicht einen Joey Jordison von Slipknot, der dich hier mit Double Bass um sich schmeißt und alles sein ganzes Kit verranzt gefühlt. Okay, ich persönlich jetzt nicht, aber halt ja, man weiß. Rohe in Frieden an den Guten, der ist ja auch vor kurzem erst verstorben. Oder du kennst vielleicht, keine Ahnung, einen Lars Ulrich, der ja auch für sein makelloses Schlagzeugspiel bekannt ist. Oder du kennst einen Mike Portnoy von Dream Theater, der dafür bekannt ist, dass er halt nicht so viel drauf hat, wie Lars Ulrich zum Beispiel. Oder du kennst halt irgendwelche krassen Drummer von der Musik, die du hörst. Oder ob es ein Christoph Schneider ist von Rammstein in deinem Fall, den du schon dein ganzes Leben lang mitbekommst, soundtechnisch. Mein Vater predigt immer, dass das einer der weltbesten oder der wirklich weltbesten Top-Drummer ever ist. Also ob das jetzt stimmt, klar, weil mein Vater, der ist jetzt auch kein Fachmann. Ich glaube, Schneider selber bezeichnet sich nicht unbedingt als Techniker. Nee. Also ich glaube, da hat er gerade so ein Interview, wo er auch meinte, dass er an sich arbeiten muss. Also war vor zehn Jahren, weil ich glaube, das war so irgendwie Vorliebe, ist vor alle, dafür alle. Da hat er auch noch ein bisschen Gas gegeben, um sich halt so ein bisschen zu steigern. Aber ich glaube, der sieht sich auch selber gar nicht so als... Na klar, ich glaube, man selber sieht sich ja immer so nicht so krass, wie man jetzt... Also außer man ist halt wirklich... Weil so der Grad zwischen arrogant sein und zu wissen zu können, was man kann, ist natürlich immer ganz schmal so. Es ist immer Aussehungssache, von dem der zuhört. Bis zu einem gewissen Grad natürlich, wenn man jetzt natürlich sagt, man selber ist Gott und so weiter, dann ist natürlich... Wenn das jetzt... Gut, vielleicht wenn das jetzt ein Neil Peart gesagt hätte von Rush, der ja auch letzte Zeit verstanden ist, der hätte wahrscheinlich eigentlich gesagt, ja, hast recht, so bist du. Aber das selber zu sagen, ist halt noch was anderes, wenn man es gesagt bekommt. Ja, natürlich. Ja, also Schneider ist auf jeden Fall ein stabiler Drummer, kann man gar nicht sagen. Also ich meine, in so einer Band zu spielen, so high class, auch wenn die Musik natürlich nicht high class technisch ist, aber halt trotzdem die Energie rüberzubringen und die Shows zu performen und dann auch auf den Alben zu spielen und dann alles auch noch das zu machen, die Erfahrungen und so weiter dann auch mitzubringen. Natürlich macht man das zu einem professionellen Drummer, der natürlich auch auf einem gewissen Level steht, klar. Aber wenn man natürlich jetzt vergleicht in dieser Riege, ich glaube, wenn dein Vater da ein bisschen mehr kompliziertere Musik kennen würde, würde er seine Aussage da wahrscheinlich nochmal überdenken. Ja, ja, wahrscheinlich. Weil wenn halt so, das heißt, wie wenn Leute sagen, Michael Paulsen ist der geilste Gitarrist der Welt. Er ist stabil, er schreibt coole Riffs, er spielt sie auch gut, aber er ist halt einfach ein Powerchord-Rocker, der halt die Metal-Techniken so im Groben beherrscht. Aber selber hat er ja auch Rob Kodjana dazugenommen zu Volpe, weil er keine Solo spielen kann, in der Manier. Von daher, man neigt immer dazu, die Leute, die man einfach am ehesten feiert, als die Besten zu bezeichnen, die es gibt. Aber, naja, man muss natürlich immer noch ein bisschen abwägen. Aber nicht, wenn wir jetzt hier irgendjemanden so dissen. Ihr seid alle scheiße. Ja, genau. Pascal macht sich alle platt, in jedem Instrument. Das habe ich nicht gesagt. Die Drums nicht, das haben wir heute gemerkt. Ja, geil. Wobei, so ein paar Sachen kann ich mittlerweile sogar da auch irgendwie raushauen, aber halt sehr, sehr unstabil, was Tempo angeht. Ja, das ist aber auch immer so der Knackpunkt, keine Ahnung. Also das ist auch, das merke ich bei mir auch selber. Und das ist auch generell jetzt schon die ganze Zeit so. Ich kann immer noch nicht einschätzen, wie gut oder schlecht in Anführungsstrichen ich jetzt bin. Ja. So. Und klar, du hast mir schon einen Tipp gegeben, so mich selber aufnehmen mit Lead dabei und so. Ist leider noch gar nicht so gut, weil die Boxen sind halt echt scheiße, doch. Ja, aber so, das ist halt wirklich so, okay, was ist jetzt so, wenn ich, ich kann auch aufnehmen und kann das auch hören und kann auch ungefähr hören, okay, das ist jetzt, aber ob, in welchem Kontext das jetzt in einem Lied gut wäre oder nicht, das weiß ich noch gar nicht. So, absolut keine Ahnung. Und das ist halt dann immer so, ich meine, ich will sowieso warten, bis ich irgendwann mal wirklich so bandmäßig unterwegs bin, weil, ähm, erstmal, bis ich dann halt auch wirklich mal gescheites Equipment hab, weil mit so einem, mit so einem 400 Euro E-Drumset. E-Drumset, das ist schon in Ordnung, aber damit wirst du jetzt kein, also damit wirst du jetzt nichts reißen, sondern raus, äh, ja. Das ist die Frage, wenn du halt gut genug spielst damit, dann. Ja, wenn du gut genug spielst, aber der Ton, der halt rauskommt, egal wie du drauf haust, also bis auf ein bisschen Unterschiede, äh, ist halt wirklich immer derselbe, exakt selbe. Klar, wenn du dir so viel mit Dynamik spielen, sowas geht da jetzt natürlich nicht, das ist genau wie bei halt dem Keyboard, was ich hier, was ich hier hinten dran rumstehen hab, das sind ja auch keine anschlagsdynamischen Tasten, wenn du die Taste langsam drückst und unsanft, klingt es dir genauso laut, wenn du fest drauf haust. Ja, ja, genau. Das ist halt scheiße, also. Deswegen, äh, ja, sobald Budget für ein, für ein besseres E-P-A da ist, wird es auch auf jeden Fall gekauft, ähm, da warte ich auch schon ein bisschen länger drauf jetzt, aber hab's noch nicht zur Priorität gemacht bisher, ähm, aber das ist, äh, das Problem, ich hab ja dieses kleine MIDI-Keyboard davon auf dem Schreibtisch, was du ja auch im Stream vielleicht schon mal kennst, oder aus ein, zwei Videos schon, die ich mal gemacht hab, ähm, da. Das sieht schon süß aus. Ja, das hat halt diese, diese anschlagsdynamischen Tasten, die aber kleiner sind als die normalen und du hast halt weniger Range, das heißt, du kannst halt nicht richtig spielen, du kannst halt nur einzelne Melodien einspielen oder einzelne Akkorde für irgendwelche Musik. Produktionen und Sachen und hier kannst du halt spielen, aber du kannst halt irgendwie auch nicht spielen. Hier kannst du spielen, aber irgendwie auch nicht und hier kannst du spielen, aber irgendwie auch nicht. Das kann, das was du sagst nicht kann, andersrum. Ah, okay, ja, das war schon ein bisschen besser formuliert. Nee, und deswegen, also, gerade so wär's eben auch nochmal zum Thema zurückzukommen, du kennst halt deine Einflüsse von Musik und weißt halt, was irgendwelche Menschen machen können, ähm, und denkst dir dann so, das will ich auch machen. Genau. Aber wie kommst du da hin, bei welchem Schritt setzt du an, setzt du damit an, dass du direkt Double Bass lernst oder dass du dich daran versuchst und kläglich scheiterst und dich fragst, warum kann ich eigentlich nichts, bin ich für Musik gemacht, ich habe kein Talent. Nee. Talent ist, äh, ist etwas, was man sich erarbeitet, wenn, wenn du jahrelang ein Instrument übst und hast du irgendwann, ob du das Skill lernst oder Talent oder irgendwas in Sachen, die du erarbeitest, Talent ist nichts, was du, also meiner Auffassung nach, das ist meine Meinung, ähm, weil ich dieses Talentgetue immer so ein bisschen, ähm, teilweise als Ausrede von Leuten sehe, die eigentlich was gerne machen würden, aber nicht einfach mal anpacken und was durchziehen. Weil es heißt dann so, ja, ich würde gerne das und das, meine Meinung, ich habe kein Talent. Ich würde gerne singen, aber ich habe eine scheiß Stimme. Das Einzige, was du hast, ist vielleicht ein scheiß Gehör, weil du nicht trainiert bist, einzelne Tonunterschiede genau abzuschätzen, aber eine singfähige Stimme hat eigentlich jeder. Ja, es ist nur die Frage, wie gut ist dein, dein Gehör, wie gut kannst du Tonabstände richtig wählen und, und, äh, auch Töne, ähm, einfach hören. Erkennst du, wenn da ein Ton irgendwo gespielt wird, kannst du eins zu eins nachsingen und kannst du dir von einem anderen objektiv bestätigen lassen, dass der Ton richtig ist. Das ist nämlich das Ding, weil jemand meint, er hört die Töne richtig, weil sein Gehör nicht trainiert ist und hört sie aber falsch raus und gibt sie falsch wieder, dann macht er im Prinzip aus seiner Sicht das Richtige, aber in einem falschen Verhältnis. Also, deswegen, also, diese, 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 ja, Ausrede, würdest du sagen, ich kann nicht singen, du hast es halt einfach nicht geübt. Ja. Ja, so, und, 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 du hast dir niemanden dazugeholt, der dir dabei hilft, weil wenn du selber halt nicht dieses Gehör hast, dann kannst du es dir selbst auch schwer herleiten, weil du denkst, du machst es richtig. Du hörst ja erstmal nicht, dass du etwas falsch machst. Und so ist es eben auch, wenn du dann anfängst, ein Instrument zu üben und du versuchst erstmal die Techniken nachzuspielen, die irgendwer anders macht, hast aber keine Ahnung, wie du da rangehst, weil dir niemand dabei helfen kann und du nur halt YouTube hast und eine Riesenmenge Informationen, du weißt nicht, von einem Thumbnail, von einem Videotitel erkennst du nicht, welcher Lehrer ist gut. Und selbst wenn du es als Anfänger siehst, weißt du nicht, ist der Lehrer gut, der erzählt dir irgendwas, was er als, als, als vielleicht Profi, vielleicht auch nicht Profi, ähm, weiß, was vielleicht an eine ganz andere Zielgruppe gerichtet ist, also ganz anderen Level von, von Fortschritt und du denkst dann, du machst das nach und dann klappt das. Das ist schwierig. Ja, also vor allem auch schon Talent, ich meine, du, du willst, wenn, wenn du was machen willst und dann nimmst du das Argument Talent, so, wenn du es nur machen willst, weil es dir wahrscheinlich Spaß macht, dann brauchst du ja kein Talent dafür. Na eben. Das ist doch egal. Du machst es halt, also ich hab jetzt auch nicht angefangen, weil ich gedacht, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich hab voll das Zeug dafür und könnte damit ganz kurz rauskommen. Nein, ich hab einfach Bock da drauf rumzuhauen, weil ich das... Weil du gerne auf Sachen rumhaust. Ja, genau, weil ich gerne auf Sachen rumhaue. Also es ist halt wirklich eigentlich so. Und da du jetzt in dem Alltag alle Kinder mehr schlagen kannst, musst du halt Schlagzeug spielen. Ja, jetzt ist es halt illegal, wenn ich den Kindern schlage, das ist schade. Ja, wobei ich hätte Erzieher werden können, ne, wer weiß. Nein, das soll jetzt kein Diss gegen Erzieher werden sein, sondern wirklich so, ja, nee, egal, ganz weg davon, lieber wieder zurück zum Thema, auf jeden Fall. Ja, Kinder schlagen. Ja, genau. Nee, ich mein auch das mit, man muss es üben, also das seh ich zu 100% beim Karaoke. Ja. Ich glaub, also auch objektiv von mir selbst, ich würd jetzt auch nicht sagen, dass ich krass gut singen kann, mittlerweile sowieso auch nicht mehr, weil, wann war's letztes Mal Karaoke, aber... Letztes Jahr am März. Definitiv, ja, also definitiv vor Corona hab ich, also so 2019, Ende 2019, hab ich definitiv besser singen können als zwei Jahre vorher. Ja, definitiv. So, also zu 100% das, ja, und das hätte ich mir selber eigentlich nie zugetraut, ich hab halt auch immer gedacht, so, ja, meine Stimme ist halt scheiße, so. Ich, also, bei mir war's schon immer so, okay, ja, ich konnte ungefähr hören, so die Töne, die ich machen soll, aber ich krieg sie halt nicht genauso hin wie der Original-Sänger, was aber halt eben daran liegt, dass ich eine andere Stimme hab als... Das ist richtig. Jetzt zum Beispiel ein, äh, Ben von Billy Talent. Oder ein Michael Pausen mit seiner heißen Kartoffel in der Fresse. Seine heißen Kartoffel in der Kusch. Wie dein Opa mal gesagt hat, dass das so klingt. Und beim Schlagzeug, ich mein, da ist es eigentlich ja auch teilweise so sehr, ähm, auch weil du gesagt hast, so manche, also da kann, da können dir zehn verschiedene Lehrer wahrscheinlich zehn verschiedene Sachen sagen, weil, das sagen die Lehrer, bei denen ich jetzt mal zugeschaut hab, auch immer mal wieder so. So, man soll generell eher das machen, was sich halt auch gut anfühlt für einen selber, so, weil beim Schlagzeug, da ist es halt, du machst halt eine Bewegung zehntausendmal. Okay, nein, du machst eine Bewegung die ganze Zeit, vier Minuten in einem Konzert, dann halt anderthalb Stunden, weil fast jedes Lied irgendwie, was ein bisschen mehr in poppigere Richtungen geht und so, da ist natürlich immer der Vierer-Beat und was weiß ich, ne? Und super viele Lieder gehen halt so und da ist halt eine Bindehautentzündung ja eigentlich vorprogrammiert. Eine Sehnscheidenentzündung. Oder Sehnscheidenentzündung, ja. Bindehautentzündung zum Auge. Und halt, wie du nicht direkt nach zwei Minuten, wenn du diese Bewegung hier zwei Minuten lang die ganze Zeit machst, dir halber die Hand abfällt. Was natürlich auch ein bisschen mit Muskeln zu tun hat, dass du die erstmal ausbilden musst ein bisschen, was weiß ich, ne? Aber das hatte ich direkt am Anfang. Muskeln. Ja, nee, die haben ja eben, die hatte ich eben nicht. Beziehungsweise, es gibt ja diese drei verschiedenen, also ich kann jetzt, ich rede jetzt nur mit meinem blöden Anfänger-Halbwissen. Es gibt drei verschiedene Grips, amerikanisch, deutsch und französisch, glaube ich, heißen die. Okay, das weiß ich nicht. Und es sind eigentlich nur, wie du deine Hand drehst. Also, du nimmst den Stock entweder so, dass die Handfläche oben ist und dann schräg oder halt wirklich zur Seite. Und das kann halt wirklich sein, dass du halt mit beiden Händen von oben machst oder mit einer so und mit einer von oben oder wie auch immer. Das ist scheißegal. Hauptsache, deine Hand fällt dann eben nicht direkt ab. So habe ich das halt jetzt mittlerweile für mich rausgefunden. Rausgefunden so, okay, ich spiele jetzt so, weil so kann ich ein ganzes Lied mit der Snare so durchhauen. Ja. Oder mit der Hi-Hat eigentlich. Ja. Ja. So ungefähr. Ballern. Richtig. Da wird dann geballert. Und ja. Ja, aber das ist auch sowas, wo du vielleicht gar nicht wüsstest, wenn du es nicht, wenn du es halt nicht irgendwie gesagt bekommen hättest. Weil allein schon zu wissen, dass es okay ist, deinen eigenen Weg zu finden, das ist ja auch so eine Sache, die man vielleicht gar nicht weiß. Weil wenn du dir jetzt jemanden anguckst, der es online erzählt, das geht so und so. Und dann denkst du, okay, der sagt, das geht so und so. Der wird es wissen. Ich weiß es nicht. Dann muss es immer so sein. Ich weiß es nicht. Also mache ich es so, wie er es sagt. Und da sind mir auch schon Sachen untergekommen, wo ich mir dann Tutorials angeschaut habe von Leuten, die dann gewisse Songs so und so spielen. Wo ich auch merke, dass ich zum Beispiel gar nicht, dass ich das gar nicht kann, weil meine Hände vielleicht zu klein sind, meine Finger zu kurz sind. Was oft bei der Fall ist, bei Sachen, wo ich es merke. Und dann, ja, ist das halt so, okay, kann ich das jetzt überhaupt noch machen? Dass es das beste Beispiel ist, weil ein Song, den ich gerade lerne, ist halt der Song Neon von John Mayer, was halt in der Gitarren-Community als sehr, sehr schwerer Song gilt. Und wenn man einfach nur das Video anschaut von ihm, wo er halt diesen Song spielt, dann merkt man, okay, er greift diese total abgefuckt großen Akkorde über mehrere Bündeln weg und nutzt halt irgendwie für die tiefste Seite seinen Daumen, mit der er über das Griffbrett drüber im Hals rumgreift. Und wenn ich das versuchen würde, würde ich wahrscheinlich die Hand auskugeln oder sowas, weil meine Hände dafür viel zu klein sind. Er tut mir einen riesigen Finger, natürlich ist das für ihn easy. Aber mir geht das einfach nicht. Das sind noch ganz andere Sachen easy. Lol. Und riesig. Und riesig kommt jetzt. Nee, ich glaube, da hat er wahrscheinlich ein paar Vorteile in anderer Hinsicht, aber ja. Ja, Gitarre spielen. Und, äh, da kann die Gitarre sich nicht fanden. Nimm mir doch nicht meinen Witz weg. Doch. So geht er mit seinen Gästen um, will ich nur mal sagen. Und mit deren Witzen. Ja. Okay, tschuldigung. Erst nehme ich dir deinen Witz, dann nehme ich dir deine Ehre. Richtig. Und dann deinen Dickdarm. Und meine Jungfreulichkeit. Ja. Das ist schon nichts passiert. Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Ja. Lass das nicht weiter ausführen. Aber einführen. Du wusstest, dass es kommt. Ja. Ja. Das passiert eigentlich immer, wenn wir irgendwo zusammenhocken und reden. Also nur, dass du Bescheid wirst. Das ist alles nur Teil der Show. Teil der Show, Teil der Crew, Teil der Show, Teil der Crew. Solange die Kamera läuft zumindest. Auf jeden Fall, ja. Also hätte ich halt kein Video gesehen, wo jemand erklärt, dass das halt nicht necessary ist, dass du so spielst. Beziehungsweise hätte ich das ein paar Jahre früher entdeckt und hätte nicht selber gewusst, dass es okay ist, Sachen auch auf deine eigene Art und Weise zu spielen. Hätte ich doch nicht versucht, das zu machen. Und ich dachte, Alter, das geht gar nicht. Hätte halt nicht spielen können. Oder hätte halt sehr lang gebraucht dafür, um mir das irgendwie anzugewöhnen, dass meine Hände so gedehnt werden können. Aber, ja. Das hat es mir einfach einfacher gemacht. Das Spiel ist auf meine Art und Weise und es funktioniert. Ja. Von daher, nice. Ja, das habe ich jetzt auch speziell bei einem Lied, was ich gerade versuche zu üben. Das ist mein Lieblingssong, hört ihn alle an. Royal Republic, Getting Along. Hey. Und ich habe mir einfach mal in einem Live-Auftritt-Video halt angeschaut, so an den kleinen Schnipseln ungefähr, wie der Drummer das halt spielt. Und habe dann halt auch relativ schnell festgestellt, okay, so wie der das spielt, kann ich das gerade noch nicht. Also, ich sehe, okay, so wie der das macht, sehe ich es. Verstehe auch, okay, das funktioniert schon. Nur ich kriege es nicht hin. Deswegen habe ich jetzt einfach meine eigene Art und Weise, die halt ein bisschen abgespeckt ist so. Ja. Und es macht aber trotzdem mega hart Bock. Also, das ist halt so, also wirklich allein dadurch, dass ich jetzt das Lied gespielt habe, habe ich jetzt so in den letzten paar Wochen wieder richtig, richtig, richtig Lust, mich die ganze Zeit nur ans Drum zu setzen und das dann und auch so lange zu üben, bis ich das dann halt doch mal vielleicht richtig kann. Aber das ist dann auch so eine Sache halt einfach auch bei Schlagzeug, weil da ist dann auch, wenn du halt irgendwelche Covers siehst, zum Beispiel auch ganz früh habe ich als allererstes in der Drumstunde habe ich von Rammstein, was ich liebe, gelernt, beziehungsweise angefangen zu üben. Und da habe ich mir auch ein Video davon angeschaut. Und da hat der halt den Beat an sich einfach anders gespielt. Und dann habe ich halt, bin ich dann halt in der nächsten Stunde zu meinem Lehrer gegangen und habe halt gesagt, so, ja, ich habe da so ein Video gesehen und da hat er das halt irgendwie anders gespielt, so. Beziehungsweise dann habe ich das, oder beziehungsweise ich habe halt das von selbst, habe ich dann so gespielt wie der im Video und dann hat mein Lehrer halt gesagt, so, Moment, was machst du denn da? Ja, so habe ich das in einem Video gesehen. Achso, ja, aber eigentlich spielt man das halt so, wie ich es dir letzte Woche gezeigt habe. So, ja, okay. Ich meine, es hat trotzdem beides funktioniert, weil es wirklich am Ende, wenn dann die ganze Musik dabei ist, hört man das nicht ganz so krass raus, besonders wenn man nicht so darauf achtet. Das ist eigentlich auch noch so ein Punkt, den ich bei mir selber schnell bemerkt habe. Seitdem ich wirklich selber auch mich mal richtig drangesetzt habe, öfter und selber gespielt habe, höre ich bei jedem Lied die Drums viel einfacher raus als vorher. Ja. Das ist ganz krass. Das ist geil, ne? Ja, das ist schon geil, weil dann kann ich nochmal die ganzen Lieder oder wenn ich neue Lieder höre, auch viel, viel auf einer ganz anderen Art und Weise halt nochmal appreciaten, wenn ich es gut finde. Ja, bei eben. Das ist auch bei mir so gewesen, als ich es angefangen habe mit dem ganzen Audio-Engineering-Kram so, wenn man jetzt halt mal einen Song hört, der jetzt noch rauskommt, achtet man halt total auf, wie klingt das Instrument, wie ist das abgemischt, wie ist das vielleicht sogar aufgenommen, was für Techniken ist er benutzt, die irgendwie so ein bisschen rausstechen und was für Effekte und so weiter. Das sind Sachen, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Oder auch als ich angefangen habe, mich dann für verschiedene Taktzeiten zu interessieren und progressivere Musik, das ist mir aufgefallen, alter, der und der Song von Lenke Park, den ich seit Jahren kenne, ist ja eigentlich im sechs, achtetertakt, habe ich nie gemerkt. Songs, die man einfach so voll hingenommen hat und dann hört man es wieder an und dann merkt man so eine neue Information, so ein neues Wissen und dann merkt man so, alter, das ist ja da auch drin. So, das ist halt schon eine geile Sache, weil du dann auch Songs immer wieder, die du eigentlich schon kennst und immer dann neu entdecken kannst, so aufgewiesen. Die werden auch noch so viele Details auffallen im Laufe der Jahre, das ist einfach nur geil. Ja, da freue ich mich schon mega drauf. Ich freue mich auch schon darauf, wenn ich die alle überhaupt erst mal spielen kann. Das wäre so schön, weil das ist auch noch mal so eine Sache. Ich weiß nicht, ob du das auch früher schon hattest oder jetzt auch immer noch. Ich meine, mittlerweile ist dein Repertoire, glaube ich, schon ein bisschen größer, aber ich meine, also die Lieder, wo ich jetzt selber sagen würde, okay, die kann ich jetzt spielen, so zu 99 Prozent fehlerfrei, begrenzt sich momentan auf, würde ich sagen, fünf Lieder. Okay. So. Immerhin. Ja, immerhin, besser als nichts, aber ja. Ja, und. Also für ein bisschen mehr als ein Jahr ist das schon nicht schlecht. Ja, ich meine, jetzt kratze ich ja eigentlich schon an den zwei. Also klar, mit den, also wenn man von der Stunde, wenn man von den, wenn man mit der Unterricht, genau, der Unterricht, heißt das Deutsch, den Unterricht, dann kommt der noch ein halbes Jahr weg. Also dann sind es anderthalb, eigentlich ist es dann so ungefähr ein Jahr. Ich glaube, ich habe so in der Zeit eigentlich hier angefangen. So mit dem Sommer, actually. Ja, also das Drumset hast du ja irgendwann Februar oder so gekauft. Ich glaube wirklich Ende Januar irgendwie, wirklich. Das könnte sogar genau der 31. Januar gewesen sein oder so. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch auf jeden Fall, dass wir dann an dem Abend noch Burger essen waren, weil wir eigentlich ins Flamix wollten und du hattest keinen Bock gehabt. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Wir waren ja zusammen dann dort. Ja, genau. Und haben es geholt. Ja, da war ja was. Ja, und vor allem war es halt auch die ganze Zeit immer noch so, was soll ich jetzt eigentlich spielen so? Also was will ich ausprobieren? Als allererstes natürlich, weil meine Lieblingsband ist Billy Talent und da haben wir natürlich dann erstmal den Schwur, den du auch schon im Stream, glaube ich, mal erwähnt hast. Ah, das kann sein. Oder die Wette, du hast es Wette genannt, aber die Abmachung, dass wir Man Alive mal zusammenspielen. Ja. Dann habe ich mich natürlich da ganz am Anfang, habe ich mich hingesetzt und versucht Man Alive zu spielen, was halt ein Lied ist, was... Punkt. Ja, was ein Lied ist, Punkt. Ja. Und dieses Lied findet bei 216 oder 17 oder so, halt 210 irgendwas noch dahinter, Beats per Minute statt. Also ein sehr schnelles Lied. Also wirklich sehr schnell. Und ich sitze natürlich da, habe noch nie in meinem Leben richtig Drum geübt, außer mal in der Schule, haben wir das actually mal im Unterricht quasi gemacht und haben eine Note drauf bekommen. Und ich bin kläglich gescheitert, habe mich ganz schön angekotzt. Tja, jetzt wirst du besser drauf. Ja. Und habe mir natürlich direkt erstmal so ein Lied ausgesucht, was definitiv nicht für Anfänger ist, einfach weil es schon schnell ist, weil Geschwindigkeit kommt erst, wenn du es länger übst. Eben, das ist ganz wichtig. Ja, du musst die Technik üben, du musst dein Timing üben und dann wirst du immer schneller, immer schneller, immer schneller. Fertig. Guck mal, und das sagt sogar Anfänger. Ja, das sage ich... Das ist mal was für alle Gitarristen da draußen, weil bei uns ist es auch immer so eine Volkskrankheit, wenn du anfängst irgendwas Neues zu lernen, du willst immer Original-Speed. Das ist egal, ob du seit einem Jahr spielst, seit fünf oder seit zwanzig. Also zumindest kann ich das, ich schäme mich nicht seit zwanzig Jahren, aber ich spiele schon lange genug, um zu wissen, dass die Tendenz immer dazu geht, gerade bei irgendwelchen Solos oder Techniken, die irgendwie ein bisschen ausgefallen sind. Ich will das genauso machen wie Gitarrist XY. Oh ja. So, und dann, oder Musiker XY, wir werden das genauso schnell spielen, aber der Key ist, am besten mit Metronom, langsam, angenehm, erstmal reinfinden und dann schneller werden und dann immer weiter hoch, bis man das Original irgendwann überholt hat und dann da weitermachen. Hm, und ja, ich habe mich so in der Bredouille die ganze Zeit gefunden, dass ich einfach nicht gewusst habe, welches Lied würde ich jetzt eigentlich gerne üben, weil ich kann ja auch nicht mit zehn Liedern anfangen und die dann halt nicht richtig lernen. Eben. Aber es war natürlich so, weil... Und du musst natürlich auch eins finden für den Anfang oder dir auch eins beratend geben lassen, was eben auch machbar ist, weil wenn du immer nur an Liedern versuchst, die halt weit außerhalb deiner Range sind und immer denkst, warum klappt denn das? Nee, da bin ich ja scheiße, liegt es ja an mir, dann hörst du wieder auf. Du musst halt auch was finden, was dir ein Erfolgserlebnis gibt. Aber als Anfänger kannst du das in deinem Umständen gar nicht einschätzen, weil da können selbst die leichtest wirkenden Songs können eigentlich sackschwer sein, weil irgendein Detail im Groove mit drin ist, was du vielleicht gar nicht erstmal wahrnimmst. Und wenn du anfängst, das 1 zu 1 nachzuspielen, machst du so, oh scheiße, das geht ja gar nicht. Ja. So. Ich meine, aber tatsächlich, also da, für den absoluten Anfang war es in Ordnung, weil mit diesem Grundbeat gibt es halt tausende Lieder. Genau. Und da findest du safe irgendwas, was du halt auch schon gerne hörst. Ich zum Beispiel war sehr überrascht, weil Hail to the King ist ja also vom Riff her so, also für mich als Laie jetzt, als Gitarrenlaie, das Riff, ziemlich schnell und was weiß ich, die-li-li-li-li-li-li-li-li. Und denk mir dann natürlich, weil ich vorher nie drauf geachtet hab, dass der denkt natürlich auch, dass die Rums entsprechend auch relativ gut anspruchsvoll sind. Vielleicht jetzt nicht das ultimative, was, keine Ahnung, experimentelle, weil dafür ist Adventure in Folk ja auch nicht bekannt ungefähr. Im Mittler hatte ich schon. Ja. Auf dem letzten Album. Ja, aber dann, weil ich hab mir einfach ein Video angeschaut, so 20, 20 Lieder, die halt, die du halt genau mit dem Beat spielen kannst und da war das halt dabei und ich dachte mir so, was, das Lied, was halt so richtig, di-li-li-li-li-li-li-li. Ja. Aber dann hat es halt so einen einfachen Beat. Ja, die Drums sind auf dem Album tatsächlich relativ machbar. Ja. Weil die Band ja auch den damaligen Zwischendrinnen-Drummer sehr zurückgehalten hat. Also es ist so, vom Hörensagen hat man das so mitbekommen, dass er wohl eigentlich zu viel mehr fähig war, weil die Band hat so gesagt, ja, nee, mach mal ein bisschen chilliger. Was auch cool ist im Endeffekt, weil die Songs sind fett, aber es fehlt natürlich auch ein bisschen was an Action. Ich glaube, wenn man halt das Raff vorher gewohnt war oder halt Mike Portnoy von Dream Theater, der dann auf Nightmare eingesprungen ist und dann hast du halt bei Chelsea the King, wo es dann nur so, bum, tsch, bum, tsch. So, ein bisschen Lars Ulrich-mäßig angehaucht ist. Ja, aber da für den absoluten Anfang findet man schon schnell was und dann denkt man sich natürlich irgendwann so, ja, okay, jetzt habe ich diesen Grundbeat, der sitzt jetzt halt relativ gut, klar, also Timing ist immer noch, Timing kann man nie, also, du wirst niemals zufrieden mit deinem eigenen Timing sein. Also ich bin's, da werde es wahrscheinlich niemals sein. Dafür bin ich viel zu selbstkritisch und werde jedes Mal beim Metronom, wenn ich nur ein bisschen aufhöre, dann werde ich mir wahrscheinlich immer so denken, böser Timo. So. Da ist aber auch ein Fakt ganz wichtig, sich selber aufnehmen zu einem Metronom und das heißt dann auch wirklich, dass du dir irgendwann mal so ein Interface anschaffst mit halt irgendwie einer kleinen Version von Cubase oder Pro Tools und dann einfach mal einen Metronom erstellst, wo du wirklich auch dann drüber aufnehmen kannst und dann versuchst du es so lange, bis es auf dem Klick ist. Also natürlich, es sollte nie immer genauer auf dem Klick sein, weil natürlich Feeling auch ein wichtiger Faktor ist und wenn immer alles genau hundertprozentig auf dem Klick wäre, dann... Wird's halt sehr statisch klingen. Natürlich. Dann hat's kein Leben. Das kannst du auch als Musiker gar nicht machen. Das ist auch so ein Problem, das heutzutage oft in der Musik stattfindet, dass halt die Sachen auch immer halt bis zum Tode quantisiert werden. Also quantisiert halt, wenn man das quasi an das Raster anpasst. Ja. Und das quasi alles genau auf die festen Werte geschoben wird und dann wird halt die Menschlichkeit rausgenommen, weil das Feeling ist halt wichtig. Was aber halt auch wichtig... Das Keeling-Feeling. Genau. Das Keeling-Feeling. Keeling in the name of, Alter. Was aber auch wichtig ist, ist halt, dass du trotzdem die wichtigen Beats in Time mit den anderen Instrumenten spielst. Und dass es halt nicht zu große Temposchwankungen gibt. Dass du dich schon irgendwo an einer Vorgabe orientierst, dass es halt alles einheitlich klingt, aber dass trotzdem halt innerhalb dieser Einheit halt einfach Leben entsteht. So, weil einige sagen auch, dass es ein großes Problem ist im modernen Rock und Metal, dass halt immer nur auf dem Klick gespielt wird, dass man es eigentlich nicht machen sollte. Wobei es aber auch bei manchen Musikgenres einfach ein bisschen notwendig ist, weil sonst kommst du wahrscheinlich irgendwie auch zu hart einfach raus. Und wenn du mal einen Part hast, der halt anspruchsvoll ist, dann neigst du aufgrund des Drucks das Spiel auch schneller zu werden. Dann wird es doch schwieriger. Und dann kommt der Rest der Band irgendwie auch vielleicht raus. Und dann wirst du danach vielleicht auch nicht mehr langsamer. Und dann hast du vielleicht dann wieder einen ruhigeren Part, wo du trotzdem wieder ein bisschen anziehst. Und das ist halt schon so, ich weiß nicht, da bin ich dann schon so auf der Seite Klick, ja. Aber nicht alles in der Nachbararbeit. Und lieber ist es besser, so viel zu üben, dass du von dir aus ein gutes Timing hast, als in der Nachbararbeit zu viel zu machen. So, auf jeden Fall. Aber du kommst nie daran, dass du 100% auf Klick spielst. Aber wenn du halt tight bist, kann trotzdem Leben da drin sein. Ich meine, guck dir mal John Moffat an den ehemaligen Drummer von Michael Jackson. Der hat ein paar Videos auf YouTube, wo er halt so ein paar Klassiker spielt und der spielt die so fucking tight. Also, die Kommentarsektion war so, ja, Metronome werden nach ihm quasi kalibriert und sowas. Und weiß ich nicht. Also der Typ ist, muss ich mal schicken, das ist echt geil. Der ist sau oft, weil natürlich ich diverse Kanäle jetzt, diversen Kanälen folge, Drumeo und so. Ja, da hat er gespielt, genau. Ja, genau. Genau dieses Video mit Billie Jean nämlich. Ja, genau. Genau das habe ich jede Woche mindestens einmal vorne auf meiner Seite. So, mindestens einmal. Hast du das schon geschaut? Nein. Musst du machen. Ja, weil eigentlich interessiert mich die Musik ja nicht so, aber ja, ich sollte mal reingeschauen. Das ist echt geil. Der Typ wird wahrscheinlich schon ziemlich gut sein, ja. Das ist saugut. Also, ohne Witz. Wer das Video nicht kennt, guckt es euch an. Das ist echt beeindruckend. Der Kanal ist aber generell empfehlenswert. Da gab es noch mal so ein Video, wo, ich weiß nicht mehr genau, irgendein Jazz-Drummer, der halt auch kein Metal und so kennt, der hat sich Intercentment angehört zum ersten Mal, hat dann direkt danach versucht, es mitzuspielen, hat versucht, sich die brillantesten Stellen zu merken und so ein paar Filz und so, hat dann versucht, es nachzuspielen. Teilweise klang seine Version einfach geiler als die Originale. Finde ich aber auch interessant, dass das halt, also, dass der, also, arguably wahrscheinlich so zum ersten Mal, oder? Weil, ich meine, klar, er ist Jazzmusiker, aber trotzdem, wenn du halt Musiker bist, dann gibt es ja irgendwie Lieder, wo ich sagen würde so, oder auch wenn du kein Musiker bist, gibt es ja Lieder, die hat man halt mal gehört, oder? Ja, dachte ich mir auch, also, bei Intercentment ist ja eigentlich so ein Song, den kann man kennen, aber vielleicht auch nicht mehr als das Intro von der Gitarre, ist halt die Frage, also. Ja, stimmt, natürlich von den Drums her, logischerweise. Also, ich kann mir vorstellen, dass der... Aber von den meisten Liedern merken sich die Leute, glaube ich, die Drums her wohl eher weniger. Ja. Das ist halt der Hintergrund, aber manche sind es halt echt wert, sich mal anzuhören, weil die halt dann schon einen geilen Beat haben, so. Das ist absolut richtig. Oh ja. Hast du denn jetzt so dein Beispiel spontan? Hast du irgendeinen Song, wo du sagst, Leute, Ballern? Ich meine, natürlich, also, Getting Along, der ist halt, der ist halt schnell und der hat mich halt, also wirklich, dieses Lied hat mich halt von Anfang an so, also, natürlich auch das Riff, eigentlich war auch das primäre Ding, aber ich hab dann schon gemerkt, mittlerweile auch Lieder, die so einem Beat ungefähr folgen, das ist auch von Emigrate 1, 2, 3, 4, das hat auch so einen, so diesen, diesen, dass es halt nicht auf, dass es bei 1, 2, 3, 4 nicht auf 2 und 4 ist, sondern auf 1 und 2, 3 und 4, also 1, 2, also, ja, schwer zu zeigen. Ich denk, du weißt, was ich meine, oder? Ja, so ungefähr. Dass halt kein, kein High-Hat-Schlag mehr zwischendrin ist. Ja. Sondern immer direkt Bass, Snare, Bass, Snare, Bass, Snare, so. Und das hat sowohl Getting Along als auch 1, 2, 3, 4 und das ist halt so dieser, dieser Groove, der dabei ist und diese Power. Och, keine Ahnung, das ist das, momentan sind genau diese Lieder genau das. Also, wenn ihr so ein Lied kennt, bitte alle ihm schicken, damit er sie mir schicken kann. Aber in dem Fall, weil bei dem Rhythmus ist dann halt trotzdem der Backbeat auch 2 und 4, das Ding ist halt nur, dass die, dass da keine Achtelnoten gespielt werden dazwischen. Ja, genau. Das heißt, du hast halt einfach Viertel, 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 Viertel und halt nicht 1 und 2 und 3, sondern einfach 1, 2, 3, 4. Beziehungsweise bei Getting Along halt eigentlich schon, aber das ist halt genau die Sache, weil dieser Achtel ist mir halt zu schnell noch. Ja. Und deswegen spiele ich den jetzt auch Viertel. Ja. So, und es funktioniert, es hört sich trotzdem nice an so, es passt ungefähr und es macht Spaß zu spielen so. Ja, das ist die Hauptsache. Und dann wirst du auch mit der Zeit merken, dass es dir leichter fallen wird. Versuch mal ab, es mal einzustreuen. Und wenn es nur mal in einzelnen Takten ist, hast du quasi das da, 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 da. Ja, genau. Einmal reinzubringen und dann mal gucken, ob es funktioniert. Und dann wird das mit der Zeit auch schon auf jeden Fall klappen. Sonst hast du irgendwelche Lieblings-Drum-Parts schon aus irgendwelchen Songs, wo du speziell noch beachtest, dass das und das passiert. So hast du da irgendwelche... Ja, momentan am meisten halt wirklich die, mit denen ich mich auseinandersetze. Und da gefällt mir von Nothing Else Matters, gefällt mir halt dieser dritte Phil-Part ziemlich gut. Der ist, der ist halt, also er macht mir halt Spaß zu spielen. Also jetzt so tatsächlich vom Hören ist momentan noch so, aber was, gibt es irgendwas, was mir, würde ich jetzt sagen können, was mir schon vom Hören her mega gut gefallen hat. Also jetzt gerade spontan fällt mir halt nichts ein, aber es gibt definitiv Sachen. Ja. So. Habt ihr mal das Video geschickt von Revenger, Revenga, wie auch immer, von SOED, wo der Drummer das quasi erklärt, wie er das spielt. Hast du das mal angeschaut gehabt? Nee, ich glaube nicht. Weil der beatet auch richtig geil im Chorus davon, weil er da auch assi viel auf Riot und Hi-Hat so voll die komischen Sachen macht. Das ist so ein Beat, der mir jetzt einfallen würde. Klar, natürlich von, bei den Bands, die ich jetzt noch so höre, aus dem etwas progressiveren Bereich, gibt es einen Haufen Beats, die wahrscheinlich komplett den Kopf wegsprengen würden, wenn du so hören würdest. Wo einiges an Krankenschweiß dabei ist. Aber selbst aus ein bisschen, ich sag mal, standardmäßigeren Songs, also gibt es ja auch schon Sachen, die einem halt einfach im Kopf bleiben. Ob es jetzt der Offbeat-Part ist von Still Counting am Anfang, von Wallbeat zum Beispiel, oder auch von P.T.S. und ein paar Beats. Was mir da immer sehr gut gefällt, ist inzwischen durch mal so Stellen, wo halt solche Auftakte sind. Zum Beispiel bei This Is How It Goes, wenn die Drums in der Bridge wieder reinkommen, wo die Gitarre erst Solo spielt, dann an den zweiten Refrain, dann die Drums quasi mit diesem Und dann geht es wieder mit dem Beat weiter. Oder auch bei Burn The Evidence, wo er dann auch wieder nach diesem Solo-Bridge-Part wieder einsteigt, wo ich auch nicht weiß, was er genau macht, aber auf sowas, solche Auftakte einfach mal wieder in den eigentlichen Part reinzuführen, das ist halt immer ganz geil gemacht, da sind mir auch einige Stellen im Kopf geblieben und solche Kleinigkeiten, wo ich mir auch denken würde, okay, das sind so Sachen, da würde ich auch richtig Bock drauf haben, wenn ich dann selber die Songs spielen könnte an den Drums, würde ich halt da so, das sind die Details, wo ich so mein Augenmerk drauflegen würde. Wobei ich natürlich jetzt vom Drummen selber noch ein bisschen entfernt bin. Ich würde auch mal irgendwann mal so ein Set holen, so ein E-Drum-Set vielleicht einfach noch zum Üben und zu gucken, was er auch Bock macht ab und zu mal. Ich meine, ich bin jetzt heute wieder ein bisschen, als wir im Session waren in Frankfurt zugekommen, wieder ein bisschen zu jammen, letztes Jahr öfter mal, als wir auch in der Uni immer waren, wir haben ja auch ein Set stehen im Aufnahmeraum, aber ja, so regelmäßig natürlich nicht, ne. Mein Partner, gut, platztechnisch würde ich vielleicht irgendwie noch unterkriegen, würde schwer werden, müsste ich ein bisschen umräumen. Aber, ja, also, ist auch nicht so meine Priorität aktuell. Ja, ich meine, du hast hier jetzt schon drei verschiedene, also grundsätzlich verschiedene Instrumente stehen, so in verschiedensten Ausführungen. Ja. So, also, so langsam, ne, also das reicht erstmal. Ja, muss halt ein größeres. Aber du bist auch herzlich eingeladen, ab und zu bei mir noch ein bisschen rum zu trommeln, wenn du magst. Muss ich nur auf rechts umstellen, dann. Ja. Bist halt so ein Links-Mensch. Ja, gut, das wird ein bisschen schwer, das ist ein bisschen scheiße an dem Ding, weil das kannst du nicht einfach mal so die Parts umstellen, weil das ja alles miteinander verbunden ist, sondern das ist ein bisschen nervig. Aber ich habe auch schon öfter mal an einem Links-Set gespielt, weil der Simon, unser ehemaliger Drummer bei Alternative Ways, hat er auch auf Links gespielt, da habe ich auch schon mal ab und zu mal an seinem Set gehockt. Zwar selten, aber hier und da mal. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. An sein Set. Simon, ich finde es sehr cool, dass du auch Links-Händer-Drummer bist, dann habe ich potenziell irgendjemanden, den ich mal wegen irgendwas fragen kann. Ja. So, weil, ja, Links-Händer sind zu wenige vorhanden und sie werden sehr diskriminiert. Links-Händer-Unite, ja, zu rechts. Ja, Mann. Zu rechts. Wir stehen gegen rechts. In jeglicher Hinsicht. Das tue ich auch, aber halt nicht, was die Hände angeht. Politisch, ja. Händisch, weiß ich nicht. Ja, aber tatsächlich, mir ist jetzt was eingefallen, was, also jetzt kein spezieller Part, aber generell ein ganzes Lied, wo ich mir, wo mein, so in meinem Kopf ist es so ein bisschen so, okay, wenn ich das spielen kann, dann bin ich, glaube ich, da angekommen, wo ich ankommen will, so rein, rein skill-technisch, weil es halt Through the Fire and the Flames von Dragon Force, genau, so, das, da habe ich mir letztens erst wieder so ein Video angeschaut, wo jemand halt das spielt und ich denke mir so, Alter, wenn ich dazu so abgehen könnte und es dann auch noch richtig spielen könnte, also ich glaube, meine Endorphine würden einfach meinen Kopf explodieren lassen, so. Es ist jetzt schon so, also das erste Lied, was ich für mich persönlich jetzt am besten spielen konnte bisher und spielen kann, ist Rusted from the Rain, das habe ich aber auch wirklich, also da sitze ich jetzt bestimmt ein halbes Jahr dran, so, dass ich das halt wirklich möglichst fehlerfrei, außer halt durch wirklich so blöde Patzer mal, die ich aber eigentlich kann und mittlerweile bin ich an dem Punkt und da gibt es dann trotzdem immer noch diesen einen Part, den ich halt nie so ganz, weil da, da geht der Beat halt für ungefähr, ich glaube, 22 Takte sind es, ich habe mal mitgezählt und diese 22 Takte aber dann genau rauszuhören und genauso mitzuspielen und dann den Fill reinzubringen, genau in der richtigen Stelle, das war immer so eine Sache und jedes Mal, wenn ich den noch kriege, weil ich kriege den noch nicht immer, aber jedes Mal, wenn ich ihn kriege, dann bin ich einfach so hyped, so hyped, das ist richtig krass. Das ist geil. Oh ja, das ist richtig geil, so, weil wenn es, natürlich, es ist so, du feierst die Musik an sich schon und dann versuchst du dich da dran und dann funktioniert es auch noch und dann kannst du sogar sagen, okay, ich kann die Musik, die ich sowieso schon gerne höre, auch machen, so, ich kann das, was ich höre, tun und zwar erfolgreich, ohne Fehler und das ist, ach, das ist geil. Ja, das ist wirklich, ich kenne das Gefühl sehr gut. Oh ja. Jetzt, wo ich angefangen habe, wieder mehr Songs auch zu jammen und zu covern, was ich ja letztes Jahr gar nicht so wirklich gemacht habe, hier ein paar alte Altarbridge-Sachen angeschaut, die ich wieder reingezogen habe und das war auch wieder richtig geiler Tremonti-Songs, Volbeat-Songs, auch viel natürlich wegen Montez jetzt, Songs, die man halt einfach auch schon mal gespielt hat teilweise, aber auch einfach nur vom Hören kennt und halt geil findet und die dann spielen zu können, war halt schon immer was Geiles. Ich habe auch früher halt eine Zeit lang echt jeden Tag irgendwie zwei neue Songs gelernt, so, natürlich nicht perfekt, aber ich habe es mir so reingezogen, dass ich dann mitjammen konnte und das war dann geil. Natürlich nicht immer von jedem Song direkt alle Gitarren-Solos, aber mache ich aktuell auch gar nicht immer. Wenn ich merke, okay, ein Solo ist easygoing, so jetzt ein Tremonti-Solo von Altarbridge oder halt Tremonti selber von der Solo-Band, da sind die Gitarren-Solos meistens relativ gut machbar. Also es ist natürlich nicht einfach, weil er hat schon was drauf, aber die kann man sich innerhalb von einer Stunde, zwei, kann ich mir die auf meinem Level reinziehen, wo ich dann sage, okay, ich habe es verstanden, ich übe es ein paar Tage und dann sitzt das. So, einfach weil ich den Song ja auch nicht dann dauerhaft jamme, sondern halt mal drei, vier Mal in einem Tag und dann nächster. Oder teilweise habe ich ja Songs, da habe ich einfach nur Bock mitzujammen, weil ich merke, das Solo ist mir jetzt gerade irgendwie zu viel Arbeit und das geht mir nicht gut in das Ohr rein, weswegen ich noch mehr Arbeit aufwenden müsste, um es auch spielen zu können. Weil wenn ich ein Solo schon quasi höre und merke, okay, ich habe die Melodie, die Abfolge im Kopf, ich habe die einzelnen Licks im Kopf, dann ist es auch einfacher, das nachzuvollziehen, wenn man spielt. Weil teilweise fallen einem immer wieder auf, dass Sachen anders gespielt werden, als man sie eigentlich vom groben Hören wahrnimmt und dann denkt man sich so, ah stimmt, eigentlich ist es so, das kommt immer anders vor. Und dann ist es aber nochmal ein längerer Prozess, das wieder irgendwie in den Kopf zu kriegen, dann denke ich mir so, nee, Rhythmusgitarre reicht, Hauptsache ich kann den Song mit jammen, kann abgehen und kann meinen Spaß haben. Genau, das ist genau das und das ist jetzt eigentlich auch schon wieder so ein schöner, schöner Schlag so in Richtung so, du brauchst kein Talent, um Dinge zu tun, die dir Spaß machen. So, du kannst sie einfach halb, du kannst sie, wenn du sie sowieso nur als Hobby machst, dann wird dich niemand judgen außer dir selbst. Eben. So, und es ist scheißegal, ob du das jetzt genauso spielst, wie der gute Lars Ulrich das spielt, auch wenn du das niemals tun solltest, wie er das tut. Vor allem nicht der gute Lars Ulrich. Ja, vor allem nicht der gute Lars Ulrich. Nein, aber nie so, auch wenn du das nie in deinem Leben so spielen kannst, wie der originale Musiker. So schlecht wie der Ulrich kann keiner in dem Leben spielen. Ja, aber also generell halt, es ist scheißegal. Guck einfach, dass es ungefähr so klingt und dann hast du Spaß, weil dann machst du was. Trotzdem spielst du für dich und es hört sich dann so an. Okay, natürlich ist es immer cool, wenn man es auch richtig kann und richtig, aber dafür muss man halt dann üben. Dann spielst du es halt tausendmal in der falschen Version, bis du es dann richtig kannst. Eben. Und dann irgendwann kannst du es richtig und dann freust du dir den Ast ab. So wie ich mit dieser einverfickten Stelle. Ja, das ist richtig. Hält mal gerade so ein Thema ein, weil ich letztens noch mal im Stream gesprochen habe. Das Thema Cover-Videos, so im Internet. Jetzt, ich komme halt noch so ein bisschen aus einer Zeit, ich habe ja schon angefangen Covers zu machen, 2012 habe ich meinen ersten Gitarren-Cover hochgeladen, also fast vor zehn Jahren. So, also ich glaube 18. September 2012 habe ich meinen Channel eröffnet, wenn ich das Datum noch richtig im Kopf habe und das heißt, ich habe nächstes Jahr dann mein zehnjähriges Jubiläum in dieser Zeit. So alt ist der schon. Damals war halt mein Anspruch immer, oder es ist heute, wenn ich Cover mache, immer noch so ein bisschen, deswegen nenne ich es auch entweder Cover oder halt Jam-Video. Letztens habe ich ja so John Mayer, Jam-Video auf Instagram hochgeladen. Hier habe ich Jams genommen, weil ich teilweise so improvisiert habe und nicht eins zu eins spiele, vor allem nicht den ganzen Song gecovert habe. Aber bei Covern war einmal aus der Zeit, wo ich angefangen habe, Cover zu konsumieren und zu machen, der Anspruch spielt eins zu eins so nach wie im Original, weil die Leute wollen genau das sehen. Mittlerweile ist es immer beliebter, Cover einfach mit ein bisschen mehr Eigenleistung zu versehen. Aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, weil ich immer noch in diesem Mindset drin bin, dass es eigentlich mal anders war, aber eigentlich ist es ja auch kacke, weil man muss ja nicht nur machen, weil es immer schon so war. Grüße gehen raus nach Robert Mark Liemann, dem Mann, Null. Und deswegen, wenn man sich mal so anguckt, welche Cover-Kanäle in den letzten Jahren so aufgestiegen sind, gerade auf dem Genre-Bereich, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendeinen spanischen Namen oder so. Dieser eine Typ mit dem langen schwarzen Bart, der immer so übel abgeht, L-S-T-Dingsbums irgendwas, S-T-Bahn, keine Ahnung wie der heißt, ich habe den Namen nie ganz richtig gelesen. Auf jeden Fall ist der halt ziemlich bekannt und der ist halt heftig. Er hat halt so ein sehr minimalistisches Kit, hat meistens immer irgendwie so eine 1,25 Kilo Hantelscheibe auf seiner Snare draufliegen, kann man warum. Und der hat auch ein ziemlich erfolgreiches Cover zu dem einen Song von Manneskinder gemacht, die ESC-Gewinner. Ja. Wo er dann auch irgendwie sich nebenbei noch einen Joint durchgezogen hat und sowas. Und der hat dann auch, der hat, glaube ich, der hat mal The Enemy Inside von Dream Theater gecovert mit nur einem Bassdrum-Pedal. Okay. Er hat ein ganz Double Bass mit einem Fuß gespielt. Ei, ei, ei. Also so ein Typ ist das. Der geht immer richtig ab. Und so, der macht aber auch, der jammt einfach nur, so habe ich das Gefühl. Der spielt halt einen Haufen Scheiß mit rein, der überhaupt gar nicht im Song mit drin ist. Der hat dann auch irgendwie Jobs-Tree gekabert, hat der ganze Zeit noch irgendwelche Filz reingeballert, die überhaupt nicht da sind. Naja, das ist ja auch immer so die Sache mit Filz so. Das ist ja zumindest so mit dem, was ich jetzt mittlerweile so rausgefunden habe und so. Also die Filz natürlich, die dann generell in einem Song drin sind, so, das spielen die wahrscheinlich zu 80 Prozent auf den Konzerten nie so. Wahrscheinlich nicht, das sind halt sehr, 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 sehr prägnante Sachen. Ja, genau. Die genauso kommen müssen. Die dann halt wirklich, wenn jetzt gerade nichts anderes da ist, außer ein bisschen Bass und dann spielt er da seinen Drum-Solo und natürlich wird er das dann wahrscheinlich auch so ungefähr spielen. Aber das ist dann so. Irgendein Drum-Intro ist oder irgendein ganz prägnantes, zum Beispiel hier, In the Air Tonight. Ja. Wenn er dann einfach nicht, wenn er irgendwas anderes machen würde, dann wäre ja plötzlich die Show vorbei, ist nach dem Motto. Ja, wahrscheinlich. Die Leute würden die Geld für das zurückverlangen, weil die kommen, die zahlen den Abend nur für dieses eine Filz, weißt du. Ja, oder halt auch ganz viele Songs, die ja auch jetzt nicht so viel mit Filz gespickt sind. Ja. So, also zum Beispiel jetzt, ach, wie hieß es nochmal, Boulevard of Broken Dreams. Das ist nämlich auch so eins, was relativ vom Beat her ganz normal ist eigentlich, ganz easy und hat nicht viel sonst drin. Also es hat natürlich immer, wenn es in den Refrain reingeht, immer dieses da-da-da-dam. Ja. So, und dann gibt es noch am Ende vom Refrain dieses eine, dünn, dünn, dünn. So, also, jeder, der das Lied kennt, wird wissen, was ich meine. Und sehr viele Leute kennen das Lied, also werden sie wissen, was ich meine. Ja. Und man hat eigentlich dann genau so, dadurch, dass da so wenig drin ist, hast du dann halt eigentlich super viel Raum, dass du halt selber was machen kannst. Ja. Und das ist halt eigentlich auch ganz geil. Und an den Punkt will ich natürlich auch noch kommen, weil momentan bin ich da noch weit von entfernt. Das haben wir ja vorhin bei unserem Drum-Battle. Wenn man das Battle nennen kann, das war eher so zwei Chihuahuas, die sich gegenseitig ankläffen, so war das eher so. Noch habe ich gar nicht so dieses Gefühl dafür, okay, da kann ich jetzt noch was reinpacken, so irgendwas, so was Gefreestyltes, damit ich dann auch am Ende wieder bei meinem Beat rauskomme und es wenigstens schön klingt, so irgendwie. Das habe ich halt noch gar nicht. Da will ich natürlich auch irgendwann mal hinkommen, dass ich halt wirklich sagen kann, okay, ich kann, ich setze mich jetzt ans Drum, kriege irgendeinen Song oder so, der halt jetzt nicht so viel hat und kann da noch ein bisschen was für mich selber rausschmücken und so. Da will ich natürlich auch noch hinkommen, also, aber wie gesagt, einfach ganz viel üben und dann kommt das Talent von alleine. Otto hat schon gesagt, Ebay, 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 üben, üben, üben. Ebay, Ebay, ja genau, Ebay, Ebay, Ebay. Übernehme ich so. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass man vielleicht bei Drums sogar ein bisschen einfacher noch in solche Cover-Sachen dann auch eine Eigenleistung reinbringen kann als bei der Gitarre zum Beispiel, weil die Gitarre ist halt meistens ein Instrument, wo halt die Riffs sehr wegweisend für den Song sind und auch die Melodien sehr wegweisend für den Song sind und wenn du da was abänderst, fällt es eher ins Gewicht, als wenn du jetzt bei den Drums mal in einem Beat was reinbringst, was vielleicht nicht so unbedingt im Original drin ist. Aber zumal, weil die Drums halt auch nicht so tonal und harmonisch sind, sondern halt einfach perkursiv. Klar, jede einzelne Komponente am Schlagzeug aus seinen eigenen Ton, worauf es gestimmt ist. Die Snare ist auf einen Ton gestimmt, die Toms sind gestimmt und so weiter. Die Back-Nature ist nicht, die haben auch ihren eigenen Pitch quasi. Das sind alles ja irgendwo Töne. Ja, natürlich, man kann immer noch rumschrauben, ne. Ich meine, die komischen, diese schönen Dinger zum Abdecken oder halt verschiedene Sachen, die du an deine Symbol noch dranpacken kannst und was weiß ich nicht, kannst schon noch ein bisschen was schrauben, aber generell in einem Lied kannst du halt, und eigentlich finde ich das auch ein bisschen, also das ist halt immer so dieses, die Drums sind halt immer sehr unscheinbar im Lied, aber wenn sie scheiße sind, dann merkst du es direkt. Das ist wie der Bass. Keiner hört nur, wenn er nicht da ist, dann fehlt er. Ja genau, das ist echt scheiße so. Und die kriegen dann halt am wenigsten Credit in dem Sinne, wenn man so, weil so, weil bei den meisten Bands sind es natürlich dann immer die Gitarristen und die Sänger, die dann halt, die die meiste Präsenz halt haben. Ja, deswegen haben wir eigentlich auch kein Sänger. Also das scheiß Wichser. Ah, jetzt, jetzt, jetzt kommt alles zusammen. Ne, und dann ist es halt natürlich so, deswegen habe ich auch noch, bin ich sehr gespannt, wenn ich dann irgendwann mal für mich persönlich, ob ich irgendwann für mich persönlich so in den Genuss komme, okay, jetzt traue ich mich in einer Band zu spielen, weil natürlich ist dann, natürlich die meisten bemerken dich dann nicht so ganz richtig, aber wenn du dann, wenn du halt nicht, also wenn du deine Sache gut machst, bemerkt dich niemand. Wenn du sie schlecht machst, dann bemerkt dich jeder. Und wenn du sie außerordentlich gut machst, dann bemerken sie sich auch. Ja, aber dafür musst du wirklich außerordentlich gut sein. Keine Ahnung, das ist halt so. Kriegst du auch hin. Aber wie gesagt, ich mache das ja nicht, um irgendwem anderen zu gefallen, sondern ich mache das, weil ich gerne Kinder schlage, eigentlich. Ja. Deswegen ist aber auch, je länger du es machst, desto mehr Fortschritt du auch machst, desto mehr Spaß machst du ja auch. Das heißt, wenn du einmal richtig Gas gibst und dir mal richtig was reinzwiebelst und dann hast du mal so ein paar heftige Songs, du spielen kannst, dann geht der Rest, irgendwann geht es so von alleine, oder wird es automatisiert, so ein bisschen, dass du einfach diesen Drive hast und dann immer weitermachst und weitermachst und weitermachst. Deswegen, das beträgt mir schon, dass du da auch gut wohin kommst, wenn du einfach weitermachst, wie jetzt gerade, weil du hast Bock drauf, du bist motiviert. Ja, das ist die Basis für alles. Ja, eben. Ich meine, vor allem auch, also zumindest ist das... Außer für einen Apfelkuchen. Ja, nee, lieber nicht. Nicht zu enthusiastisch. Da ist die Basis Apfel. Ja. Nee, ich glaube auch tatsächlich, also das ist jetzt so meine Theorie, ab einem gewissen Punkt, das ist bei Drums auch eigentlich was ganz Gutes, weil natürlich ja super viele, also super viele Lieder, also wenn man jetzt mal Progressive und so wahrscheinlich weg, wo ja übelst rum experimentiert wird. Ja. Aber so die meisten Sachen haben ja so ihre Grundsachen, ihre Grundkonstrukte und wo dann viele Lieder so wirklich, okay, die haben, die haben den Beat. Das heißt, du hast diesen Beat vielleicht schon mal in einem anderen Lied gespielt. Ein Beispiel ist jetzt auch zum Beispiel eben mit Man Alive. Da habe ich jetzt von, jetzt weiß ich nicht mehr, Join Me In Death heißt das Lied. Okay, sag mir nichts gerade. Fällt gerade auch nicht der Name der Band ein, aber auf jeden Fall. Die haben in ihrem Refrain exakt denselben Beat wie Man Alive, nur halt viel, viel langsamer. Ja. Und das hat mir dann mein Lehrer schlauerweise halt gezeigt, so damit ich das als Basis für Man Alive schon mal üben kann, so. Ja, nice. Und das dann halt so, natürlich, wenn ich dann halt irgendwann Man Alive spielen kann, kann ich gleichzeitig auch das spielen, so. Das heißt, ich habe mit demselben Beat, also abgesehen von den Fills natürlich, die Fills sind dann eben immer das, was man dann halt quasi selber mit einschmücken kann. Aber der Beat, ich habe mit einem Beat direkt schon zwei Lieder abgedeckt. Was? In zwei verschiedenen Beats per Minute, so, Tempo. Aber ich kann zwei Lieder mit einem Beat spielen, beziehungsweise, und halt natürlich auch der Money Beat. Also, ich könnte, du kannst auch Boulevard of Broken Dreams genau mit demselben Beat spielen wie The Reason von Hubis Tank, weil das war auch so, oder halt eben wie, wie Hell to the King, so. Also, ich kann jetzt, allein dadurch, dass ich diesen einen Beat spielen kann, kann ich jetzt schon, laut dem Video, 20 Lieder spielen. Nice. So, theoretisch. Natürlich könnte ich halt einfach nur vier Minuten lang, eins, zwei, eins, zwei, so, vor mich hin dödeln da, natürlich. Dann ist natürlich, da habe ich meinen Job gemacht. Ja. Aber natürlich habe ich da jetzt nicht groß rumgeskillt, so. Also, das kann wirklich jeder mit ungefähr drei Stunden üben, kriegt das jeder genauso hin, so. Natürlich, wieder das Timing ist natürlich nochmal so eine Sache, aber wenn, vor allem, wenn du das Lied hörst, so, dann, natürlich sollst du eigentlich als Drummer ja den, den, das Tempo und das Timing ja selber angeben, aber wenn du es halt übst und du hast dein Lied halt schon vor dir, dann benutzt du natürlich das Lied ungefähr als Timing so. Als Hilfe, logischerweise. Und, also, jeder könnte mit diesen 20 Liedern aus diesem einen Video da, könnte ein Konzert mit diesen 20 Liedern in drei Stunden am Drum spielen, so. Das ist halt, und ich hoffe, und da freue ich mich halt, wenn ich dann an diesem Punkt bin, wo ich einfach sagen kann, okay, ich muss nicht mehr groß auf die Beats an sich achten, sondern kann mich voll darauf konzentrieren, meine Filz geil zu machen. Ja. So, und dann, und dann, und dann lüpft es, so. Darum freue ich mich schon richtig. Ja, bis dahin dann einfach halt auch möglichst viel, möglichst genau, vor allem auch einfach analysieren und nachspielen, weil das ist auch so ein Ding, gerade wenn es um Songwriting geht, um eigene Filz, Improvisation, ist immer wichtig halt genug Inspiration im Kopf zu haben. Und dann musst du halt erstmal einen Haufen Zeug erstmal, sagen wir mal, kopieren, um dich zu inspirieren, und dann kannst du es wieder mit deiner eigenen Art und Weise wiedergeben. Das ist auch so eine Sache, wo ich halt auch schon oft drüber erzählt habe. Also wenn man halt denkt, ja, ich mache direkt alles irgendwie auf eigene Faust, dann kommt man meistens nirgends an, wo willst du den Input näher haben, wenn du dir keinen holst. Naja. Muss ja immer irgendwo herkommen. Weil selbst alles, was man irgendwie als Musiker macht, ist ja eigentlich nur die eigens gefärbte Wiedergabe von dem, was man schon mal irgendwo mitbekommen hat. So, man lernt ja nicht von nirgendwo her. Es gibt wahrscheinlich nichts, was, also heutzutage gibt es wahrscheinlich nichts mehr, was wirklich zu 100% neu ist. Nee, so die Frage, wie du es machst. Genau. Es ist halt nur die Frage, wie du es verwertest. Ja. Mit deinem Skill und deinem Wissen. Ja. Es ist immer so schön, was Pliny da in seine alten Tab-Transkriptionsbücher reingeschoben, vielleicht auch nicht neu, ich weiß es nicht, ich habe nur das von Herrn Metz, die sind in den EPs, wo halt auch drinsteht, so die Noten, die wir haben, sind alle die gleichen, aber die Art und Weise, wie wir sie spielen machen, ist halt besonders, so ungefähr, grob, übersetzt. Und das ist halt true. Und so ist es bei Beats auch und bei Riffs und irgendwas, wenn du halt irgendwas nachspielst, auch kannst du immer überall deine eigene Weisung einbringen. Es ist immer die Frage, wie du es machst, so, ob du dich halt wirklich komplett an irgendwas orientierst, was cool sein kann, um eben Sachen kennenzulernen, aber sobald du eben auf dem Stand bist, wo du eben dir bewusst bist, was du machst und aktiv darüber bestimmen kannst, wie du es machst und nicht einfach nur nachspielen musst, um klarzukommen, da dann eben auch die eigene Leistung quasi sprechen zu lassen. Und dann hast du es quasi geschafft. Dann hast du es gemaked. Genau, dann hast du es gemaked. Nach einem gewissen John Mayer. Ja. John Mayer. Jonathan Mayer. Jonathan Mayer. Ai, 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 ai. Mai, ai, 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 ai. Mai, ai, ai, ai. Ach, ja. Dann hätten wir das auch. Ja, nice. In der Tat. Hast du noch irgendwelche Weisheiten zum Mitgeben? Boah, schwierig. Man könnte ja meinen, wir wären ja nicht vorbereitet. Nee. Das ist alles geskriptet natürlich, ja. Ja, wie bei WB. Wir haben da, da haben wir ganz viele Fragen liegen so und die haben wir jetzt eigentlich alle abgearbeitet. Die haben wir uns selbst gestellt und beantwortet. Ja, genau. Jetzt sind wir quasi glücklich. Ja. Nee, eine Sache, die ich auch jetzt noch ziemlich geil finde, so, dass ich jetzt, zumindest was die Drums angeht, wenn ich mir Bassisten oder alle anderen Dinge anschaue, alle anderen Instrumente so, denke ich mir immer noch so, ich sehe, was du tust, aber ich verstehe nicht, wie du es tust. Und mittlerweile habe ich aber bei Drums so, okay, ich sehe, dass du das so schnell spielst und ich verstehe mittlerweile, dass das funktioniert und wie das funktioniert. Ja. Und ich, und auch wieder so, ich bin einfach so mega hyped, wenn ich auch an diesen Punkt kommen kann und dann vielleicht, vielleicht seht ihr ja dann auch mal was von uns, so. Je. Man Alive zum Beispiel. Zum Beispiel. So, wer weiß, ne, oder andere Dinge. Vielleicht laufe ich auch Albert seinen Rang ab, als Benner Hohe-Hate-Drummer. Ciao, Alberto. Ciao, Alberto. Ich meine, der wird auch nicht jünger. Nach ein paar Schauder kannst du einspringen dann für ihn. Albert, ich habe dich im Auge. Oh ja. Ja. Jetzt musst du den aber auch hören, damit das funktioniert, okay? Ja, ja. Beziehungsweise auch gucken, bitte, weil dann funktioniert es nämlich auch nicht. Ja, wenn du das Auge keinen hören kannst. Also, falls du es auf Spotify hörst, ich habe gerade, oder wir beide haben gerade mit den Fingern so auf unsere Augen und auf dich gezeigt. Ja, genau. Weil wir dich im Auge haben. Wir machen Auge, du weißt. Wir haben dich im Auge, ja. Ja. Aber es tut weh, wenn er bei uns im Auge ist, weil er ist schon groß auch. Ja. Und ich küsse auch gerne dein Auge. Meins? Ja, deins auch. Machen wir es aber, wenn die Kamera aus ist. Ja, lieber. Sonst mit dem Mikrofon dazwischen würde das nicht so gut gehen. Ja, wir wollen ja auch, dass das hier noch, weil YouTube ist ja für Kinder. Genau. Nur für Kinder. Ja. Doping für die Kinder. Nur für die Kinder. Alpitzin. Oh ja, Alpitzin, ey. In der Tat. In der Tat. Dieser Podcast kannst du beitragen, die Wachstumsphasen, ihre Haarwurzel wieder zu verlängern. Richtig. Deswegen abonnieren sie den Podcast. Oh ja. Sie kann auch ihre Endorphinausschüttung verlängern. Natürlich. Und ihre... Ihre... Potenz. Und ihre... Flenz. Zehennägel. Zehennägel. Können ihre Zehennägel verlängern. Ja, das kommt von der... Nein, nicht aufklären. Ah, schade. Ja gut, dann... Tut mir leid. Eltern be like, wenn es im Internet sexuellen Content gibt. Nicht aufklären. Nicht aufklären. Böse. Kein Facebook. Oh ja. Ja, oder die Eltern, wenn das Kind dann so dieses Stück Papier so von wegen, ja, dürfen wir Sexualkunde ihrem Kind beibringen. Nein, nicht aufklären. Nicht aufklären. Nicht aufklären. Oh Gott, labern wir wieder. Scheiße, ich liebe es. Oder korrupte Polizisten bei irgendwelchen Kriminalfällen wieder. Nicht aufklären. Ja, das ist dann wahrscheinlich der Mörder, der sagt, bitte nicht aufklären. Die korrupten Polizisten, die sich beschlechen lassen haben. Ja gut, die korrupten Polizisten, ja. Die könnten aber auch der Mörder sein dann direkt. Nicht aufklären. Egal, nicht aufklären. Gut, dann würde ich sagen... So, wir haben nichts mehr mit Substanz zu besprechen, deswegen geht es jetzt in... Sinnloses Gelaberung. Deswegen ziehen wir uns jetzt Substanzen rein. Oh ja. Nein, Spaß. Diverse Substanzen. Nee. Almdudler. Dalmudler. Dalmudler, ja. Darmudler. Darmudler. Ich entblöße meine Haare vor der Kamera. Glatze, Glatze, Glatze. Jetzt bin ich Kapital Bra. Oh Gott. Nee, warte, das ist ja... Leute haben ja heutzutage immer, immer, immer diese, diese, diese Frisur. Ich meine, so engste Alter, Leute seid ihr eigentlich komplett... Ich bin Kapital. Ja gut, aber es ist, also ich meine, die haben ja auch meistens dann keinen Undercut, sondern das ist ja so die Justin Bieber Frisur. Ja, das ist... Nee, 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 das ist wirklich schon ein Undercut und dann halt vorne die Haare runter. Echt? Straight runter, ja, ja. Das ist diese neumodische Rapper Frisur. Das ist echt scheißlich. Alter, ich... Manchmal bin ich echt froh, dass ich die Musik nicht höre, ne? Also nicht so krass. Ja, ja. Egal. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende angelangt. Es sei denn, dir brennt noch irgendwas auf der Rosette. Aber die Wurst hat zwei Enden. Ah, das hat am Ende nur meine Wurst hat keins. Ja. Toll. So. So. Also, ich dachte gerade, du wolltest klatschen. Er hat auch gewarnt, dass du klatschst. Warum klatscht der Wichser nicht? Klatsch doch endlich. Sag Stopp. Genau, so. Sag Stopp. Warum sagst du nicht Stopp? Nein, das war gerade für die Uwes und die Ladies. Aber primär für die Uwes, ne? Ja. Ich fahre gleich das Öl aus und dann geht es richtig los. Das habe ich vorhin gemacht, als du noch auf dem Klo warst. Ah, nice. Leider wurde es halt nicht mit aufgenommen. Deswegen muss ich es jetzt nochmal machen. Na gut. Ja. Dann würde ich sagen, danke, dass du hier warst. Ich bin immer wieder gerne bei dir und in dir. Wir fruchten sie uns bald wieder. Sehr gerne. Immer wieder. Ich bin lol. Es müssen noch mehr so gut vom Musiker geboren werden. Deswegen, ja. Ich glaube, das muss die Biologie nicht so ganz. Ach Gott, wie gut ich schleimen kann manchmal. Das ist so schön. Ja, der ganze Boden ist schon schmierig. Oh ja. Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Bitte lass mich nicht wieder als letztes Schuss sagen. Das war damals schon so. Scheiße, was sage ich? Haut rein. Bitte lass mich hier nicht allein mit dem. Michi ist auch noch da. Keine Angst. Ja, tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018